2016 ist das Jahr der Nike Free Revolution und mit dabei ist auch der Nike Free Run. Er kommt komplett neu konstruiert daher und schafft es auch weiterhin die natürliche Bewegung des Fußes zu forcieren. Wesentlicher Punkt dabei ist die Neuentwicklung der Zwischen- und Außensohlenkonstruktion, die jetzt nicht nur eine verbesserte Dämpfung bietet. Das dreieckige Muster im Aufbau lässt den Schuh in der Abrollbewegung mitwachsen. So unterstützt der Nike Free eine natürliche Lauferfahrung. Im Obermaterial kommt ein atmungsaktives Mesh zum Einsatz. Es sorgt nicht nur für eine hervorragende Atmungsaktivität, sondern lässt sich auch dank Flywire-Fäden individuell an deine Füße anpassen. Du wirst die Kombination aus Halt und Tragekomfort zu schätzen wissen. Der Nike Free hat mit seinem Erscheinen die Laufentwicklung nach vorne getrieben. Auch seine Revolution im Jahr 2016 wird wieder viele in Bewegung bringen. Hol auch du dir den neuen Nike Free Run in deiner Runners Point Filiale oder online unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.au www.runnerspoint.com.au www.runnerspoint.com.au